Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach einigen Livestreams in den letzten Tagen gibt es jetzt wieder ein reguläres neues Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Topaz, denn Topaz hat ein Update für FotoAI auf den Markt geschmissen. Wir werden uns das Update heute in aller Ruhe und ausführlich angucken. Das, was ich euch zeigen und erklären kann. Das werde ich natürlich euch zeigen und erklären. Wir werden heute mit AI-Bildern arbeiten. Wir werden heute mit echten Bildern arbeiten, also mit wirklichen RAW-Fotos, um euch einige Erneuerungen zu zeigen. Wir springen erstmal in den Change-Log rein, den die Entwickler heute mitgegeben haben. Und dann seht ihr schon, befinde ich mich hier im Fotolab. Und erstmal schauen wir uns den Change-Log an und schauen uns dann gleich im Programm die Neuerungen im Detail an. Ich freue mich sehr, ein neues Video für Topaz und für euch aufzunehmen. Lange Zeit war Ruhe bei Topaz. Aktuell ist es so, dass die Firmen alle in Vorbereitung sind für Weihnachten. Jetzt kommen die ganzen neuen Updates und Upgrades auf uns zu. Das heißt, in den nächsten Monaten, speziell im September, gibt es viele neue Videos hier auf dem Kanal, die sich mit DxO und Skylim beschäftigen werden. Denn diese zwei Unternehmen haben einige große neue Funktionen für ihre bestehenden Produkte im Petto. Mehr dazu gibt es aber erst im Laufe des Septembers. Wir werden jetzt aber erstmal bei Topaz schauen, was Sache ist. Die neue Version kommt mit der Versionsnummer 3.2.1. Wenn man es genau nimmt. Wir werden das Ganze aber einfach 3.2 abkürzen. In dieser neuen Version, die am 22. August 2024 veröffentlicht wurde, sind einige neue Modelle integriert im Schärfenbereich. Das Update, falls ihr Topaz bereits besitzt und ein aktives Upgrade-Abonnement habt bei Topaz, dann bekommt ihr das Update kostenfrei. Für alle anderen Nutzer ist diese neue Version kein Update, sondern ein Upgrade, das nachgekauft werden muss. Da schaut aber wegen den Preisen bitte auf der offiziellen Seite von Topaz nach. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung über die Affiliate-Links das Update euch runterladen, euch informieren über Topaz allgemein. Wenn ihr über diese Links was kauft, bekomme ich dafür eine kleine Provision. Sprich, ihr habt damit die Möglichkeit, meinen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal zu unterstützen. Wenn ihr sagt, hey, der Junge, der macht das ganz gut, dann könnt ihr das gerne so zeigen. Also, welche Neuerungen gibt es denn? Es ist nicht viel. Es sind keine großen, innovativen, neuen Funktionen. Es ist ein bisschen was. Es sind aber sehr nützliche Sachen, die die Anwender auch haben wollten. Zum einen sind es drei neue Schärfungsmodelle. Die Schärfungsmodelle sind dazu da, wenn ihr unscharfe Bilder habt, beispielsweise durch Lensblur-Unschärfe oder durch Defocus, dann habt ihr jetzt in der neuen Foto-AI-Version die Möglichkeit, mit einem der drei neuen Schärfemodelle euer Bild wieder scharf zu kriegen. Das klappt nicht bei jedem Bild, aber bei den meisten tatsächlich. Und wir haben hier drei neue Modelle. Zum einen wäre das das Lensblur 2 Modell, das Nature Modell und das WeFocus Modell. Das sind die drei neuen Schärfungsmodelle, die eben eure Fotos wieder etwas schärfer machen sollen, wenn sie Lensblur-Problematiken haben oder halt nicht wirklich im Fokus waren. Des Weiteren gibt es jetzt auch personalisierte Modelle und Stärkungseinstellungen. Klingt auf jeden Fall interessant. Die Voreinstellungen in den Vorlagen ist auch nochmal überarbeitet worden. Da muss man da mal gucken, was da genau mit gemeint ist. Ich bin mir da noch relativ unsicher. Ich habe ganz, ganz kurz reingeschaut, ob die drei neuen Schärfungsmodelle funktionieren und wie sie arbeiten. Aber mehr habe ich mir noch nicht wirklich angesehen. Dann gibt es noch eine Neuerung. Eine automatische Auswahl zur, ähm, ja, es ist eine, eine, ja, eine Kategorie hinzugekommen. Ähm, nämlich die Steuerungskategorie. Ähm, also das Auto-Masking, der Auto-Masking-Button, der ja bisher in den Masken versteckt war, ist jetzt in den allgemeinen Controls mit eingebunden. Das ist ziemlich, ziemlich cool, weil es den Workflow optimiert und wesentlich schneller zur Verfügung stellt. Dann gibt es Verbesserungen bei der Farbgenauigkeit, leider nur für Canon RAW-Daten. Dann gibt es allgemeine Leistungsverbesserungen für das Vorschauverhalten der Software. Und jetzt gibt es auch eine Funktion oder eine erlaubte Plug-in-Integration, die innerhalb von Capture One funktioniert, die jetzt auch das Speichern von DNG-Daten zulässt. Ja, das sind soweit alle Neuerungen, die Topaz selber aufführt. Hier auf der Webseite von Topaz, im Forum entsprechend, ähm, es wird jetzt nochmal so ein bisschen erklärt, was hier die drei neuen Schärfungsmodelle sind. Es gibt kleinere Videos, die das so ein bisschen aufzeigen sollen. Hier wird jedes der neuen Modelle, ähm, ja, im Grunde einmal komplett besprochen. Ja, dann gibt es jetzt Neuerungen beim Autopiloten. Der ist jetzt personalisiert für alle, beziehungsweise für sie steht hier. Der hat eine interessante Verbesserung bekommen, nämlich folgende. Wenn ihr Bilder damit bearbeitet und ihr maximal, oder ne, minimal zehn Bilder exportiert, dann soll der neue Autopilot lernen, anhand der zehn Exporte, wie ihr arbeitet und soll, äh, seinen eigenen Arbeitsprozess an eure Einstellungen anpassen. Also, der Autopilot soll jetzt dazu lernen, wie ihr arbeitet und soll euch auf Basis dieser Informationen, äh, optimierte Anpassungen spendieren. Ähm, das kann man ein- und ausschalten, aber, oder auch zurücksetzen. Ähm, das ist ein interessantes neues, das ist eine interessante neue Funktion. Vielleicht wäre es sinnvoll, darüber noch ein Einzelvideo zu machen, weil das klingt schon recht interessant. Ähm, aber vielleicht schauen wir uns das gleich ganz, ganz kurz mal an. Äh, das ist heute ein bisschen schwer zu zeigen. Man muss ja bis zu zehn Bilder Minimum exportiert haben. Ähm, hier wird nicht aufgeführt, ob man einfach zehn Bilder hintereinander einfach durchjagen kann, oder ob man jedes Bild wirklich einzeln exportieren muss, bis man zehn Bilder exportiert hat. Das ist noch nicht ganz so klar. Ähm, und es gibt, ja, eine adaptive Autopilot-Modelle, äh, Kategorie. Ähm, Topaz schreibt dazu, der Autopilot passt sich nun automatisch an die Art und Weise an, wie sie ihre Bilder entschärfen oder, äh, oder, entrauschen oder schärfen. So rum ist es richtig. Wenn sie, äh, bestimmte Bildtypen lieber etwas stärker schärfen als andere oder in manchen Szenarien etwas weniger entrauschen möchten, erkennt Photo AI, äh, ihre Präzisen, äh, ihre Präzision im Laufe der Zeit. Und, ja, passt sie halt schrittweise mit an. Also, und da ist einiges gemacht worden im Autopiloten, ja. Ähm, hier steht auch, ähm, probieren sie es selbst aus, exportieren sie, äh, zehn Bilder mit manuellen Einstellungen, um die Personalisierung, äh, Personalisierung, ja, praktisch in einen Ausgangspunkt zu bringen, ja. Ist hier etwas komisch übersetzt, ähm, und dann lernt er halt, ja. Hier wird auch ein Beispiel gegeben, wie er das wohl machen soll oder wie sich das am Ende zeigen soll. Ähm, Ausgangsstärke, Einstellungen, links versus personalisierte Eingangsstärke, rechts nach fünf Exporten, ja. Ähm, ja, gut, also, da ist halt die Einstellungen, da sind halt die Einstellungen ein bisschen angepasst. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm, sie werden auch feststellen, dass unsere AI erkennt, dass sie nach Unschärfen und Entrauschung unterschiedliche Vorlieben haben. Mit der Zeit passt sich die Anwendung an, äh, und schaut halt dementsprechend, welche Bildtypen bearbeitet werden. So würde ich mir das mal zusammenfassen. Ähm, hier ist nochmal der Punkt, den ja gerade Kurt schon angesprochen hatte. Die adaptiven Modellauswahl, ähm, hier wird im Prinzip Folgendes gemacht. Ich lese vor, wir sind es leid, oder sind sie es leid, ähm, äh, das Modell jedes Mal zu ändern. Damit ist jetzt Schluss. Mit dieser Version von Photo AI, Wannel wählt der Autopilot ihre bevorzugten Modelle jetzt automatisch aus, basierend auf der Art des Bildes, das sie bearbeiten. Ja, also, die haben hier wirklich einiges gemacht. Ähm, muss man mal gucken. Dann gibt es hier noch die, ja, angesprochenen Farbgenauigkeitsverbesserungen für Canon-Kameras natürlich, oder für die Daten entsprechend. Ähm, hier ist nochmal wesentliche Leistungsverbesserungen, etc., etc., das kennt man. Die Vorschau ist verbessert worden. Da ist was mit den RAW-Daten nochmal optimiert worden. Der DNG-Export für, äh, für Capture One, wer mit Capture One arbeitet, der hat jetzt eine kleine, ja, kleine Sache, über die er sich freuen kann. Wenn man mit DNG-Dateien arbeitet, können das jetzt auch die Capture One-Leute tun. Ähm, ja, hier wird nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, dass jetzt die automatische Auswahl zur Registerkarte Steuerungselemente hinzugefügt worden ist. Und hier unten wird nochmal ein bisschen darauf hingewiesen, dass man aktuell noch an weiteren spannenden Funktionen arbeitet, äh, hier aber noch nichts weiter zu bekannt geben möchte. Und ansonsten sind hier, ja, viele Bugfixes passiert. Die neuen Funktionen haben wir gerade schon besprochen. Es sind auch wieder einige Fehler mit reingekommen in die Version, so wie das immer der Fall ist. Ähm, ja, lest euch das Ganze selber durch. Allerdings, wie immer, unten in der Videobeschreibung im Quellenverzeichnis. Und, äh, ja. Ja, ich würde sagen, wir springen jetzt mal kurz in, äh, die Software. Da sind wir jetzt auch schon. Und dann schauen wir uns einige Sachen mal an. Und ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, bis wir im Programm sind. Aber, ähm, ne, man sollte sich auch die Zeit nehmen, um die Sachen möglichst, ähm, ordentlich, aber auch schnell zu erklären. Jetzt schauen wir uns die Sachen im Detail nochmal genauer an. Also, fangen wir doch mal an. Und zwar mit folgendem. Wenn wir beispielsweise sagen, wir öffnen das Schärfen, ja, dann gehen wir hier immer auf Edit Selection. Das ist die Masken-Auswahl im Deutschen. Leider gibt es die Software nicht in Deutsch. Die ist nur in englischen Texten verfügbar, sprich in englischer Sprache. Es gibt keine deutschen Texte. So, im Normalfall haben wir hier das Tool Auto Select. Im Normalfall ist dieses Menü auch nur hier in den Masken verfügbar. Wer aufgepasst hat, wird aber gerade schon gemerkt haben, Moment, Moment, Moment. Das ist auch in den Controls integriert. Das ist die Neuerung, was diese Steuerungselemente angeht. Das ist mit Steuerungselemente gemeint. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr in die Masken-Einstellung für das Auto Select Maskentool. Wir haben das Ganze jetzt direkt in den Controls und können hier direkt in den Controls sagen, hey, es soll nur der Background ausgewählt werden. Und wenn wir dann mal gucken und hier drüber fahren, über das Feld, dann sehen wir, okay, es ist nur der Hintergrund ausgewählt. Wir können auch sagen, okay, nur Subject. Wenn wir hier mit der Maus über das Menü drüber fahren, dann sehen wir, okay, jetzt hat er die Maske entsprechend angepasst. Ja, ihr seht das. Background, drüber fahren, hier oben Hintergrund. Wieder drüber fahren, umändern, zack, das Objekt ist maskiert. Ihr seht, ja, das ist eine Workflow-Verbesserung. Das ist eine sehr, sehr gute, ganz, ganz kleine Optimierung, die halt das Arbeiten mit der Software deutlich ein bisschen optimiert. Denn jetzt muss man nicht mehr in die Masken rein, um mit den automatischen Masken-Funktionen zu arbeiten. Topaz, schöne, kleine Verbesserung. Bleiben wir doch mal kurz bei diesem Menü. Und bleiben wir mal beim Schärfen. Denn es gibt ja drei neue Schärfungsmodelle. Schauen wir doch mal kurz nochmal nach, welche das im Detail denn sind. Das sind Lensblur Version 2. Schauen wir uns Lensblur doch mal kurz an. Ich zoome dafür mal ein wenig rein. Das ist hier schon aktiviert. Ich lösche Scharten mal. Ich gehe hier oben auf die Einstellungen, sage Schärfen, sage Lensblur Version 2. Standardmäßig ist es hier schon sehr krass eingestellt. In meinem Fall hat er jetzt die Einstellungen gespeichert, weil ich es so eingestellt hatte. Im Normalfall befindet sich das, glaube ich, ungefähr hier. Er wendet das einmal an. Ich zeige es mal kurz. Das ist vorher. Schaut mal hier vor allen Dingen auf das Auge. Das ist nach dem Schärfen. Ich gehe noch näher ran, damit ihr das wirklich seht. Vorher, ihr seht, das Original-Raw-Bild, denn es handelt sich hier um ein Raw-Bild. Das kann man hier oben im Übrigen auch sehen. Hier oben steht Raw-Bild. Das ist also kein AI-generiertes Bild. Das ist ein echtes Foto. Und ja, ich besitze noch echt Raw-Fotos. Ich besitze auch noch eine Kamera, obwohl ich sehr, sehr viel mit AI-Bildern mache in letzter Zeit. Vorher, nachher. Ja, also hier das neue Schärfungsmodell Lens Blur Version 2 funktioniert sehr, sehr gut. Das kann man festhalten. Wir können auch uns das nochmal an anderer Stelle angucken. Achtet mal hier auf die Federn. Vorher, vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, es ist eine Kleinigkeit. Wenn man sich das Bild natürlich komplett anguckt in voller Größe, fällt das nicht auf. Um euch das zu zeigen, zoome ich hier halt ran. Ja, schauen wir uns das hier nochmal kurz an. Ja, auch hier. Ja, hier sieht man den Unterschied nicht so stark. Ja, aber man sieht so eine kleine Farbabweichung. Hier ist so ein ganz kleiner Gelbstich mit drin. So ein ganz leichter Gelbfilm mit dabei. Und der wird selbst von diesem Schärfungswerk, von diesem Schärfungsmodell hier einfach mit rausgezogen. Finde ich schon recht interessant, dass man hier diesen leichten Farbfilm oder Gelbfilm, der hier drüber gelegt ist, entsprechend auch mit rausgenommen wird. Das ist schon ganz interessant. Schauen wir uns doch mal den Schnabel als Tiers an. Ja, das ist vorher. Man sieht, das ist unscharf. Und das ist mit dem neuen Landsplitter Version 2 Modell in Photo AI von Topaz. Das ist schon eine gute Optimierung. Und es ist schon runtergestellt. Wenn ich es hochdrehe, ich mache das mal, um es euch zu zeigen. Ich drehe es mal extra weit nach oben. Dann ist der Unterschied jetzt noch deutlich krasser, deutlich stärker zu sehen. Ja, vorher, nachher. Ja, also das ist jetzt schon wirklich übertrieben. Wenn man sich das hier mal anschaut, das Auge, die einzelnen Haare des Schwanz hier, das ist jetzt schon überschärft. Im Idealfall stellt man das natürlich wesentlich geringer ein. Aber das ist eins der neuen Modelle, was Topaz in die neue Photo AI Version mit reingeschmissen hat. Ja, ich würde sagen, wir zoomen nochmal kurz rein. Und wir probieren nochmal die anderen zwei Schärfungsmodelle, denn es gibt ja noch zwei andere. Schauen wir mal. Es gibt das naturelle Modell. Auch das haben wir hier unten drunter. Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt fertig. Auch hier, wieder mit dem Schieberegler. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ich gehe nochmal ein bisschen näher ran, damit ihr das noch ein bisschen genauer sehen könnt. So. Vorher, Original und scharfes RAW. Ja. Wir haben noch nichts an den Einstellungen gedreht, noch nichts geändert. Die Software hat das von selbst so eingestellt, also automatisch. Und das ist mit der neuen zweiten Schärfungseinstellung Nature, oder ja, natürlich im Deutschen würde man es, glaube ich, übersetzen. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass es ordentlich am Arbeiten ist. Und man sieht tatsächlich auch eine Verbesserung, ja, wenn man sich hier die Haare anguckt, wenn man sich hier mal, ja, den Schnabel kurz mal anschaut, ja, vorher, nachher, ja. Das Modell geht halt einfach nur hin und, ja, schärft halt deutlich geringer. Ich weiß nicht, ob da im Hintergrund noch irgendwas groß anderes passiert. Wir können ja mal zurück auf Lensplayer 2 gehen. Okay. Okay. Es sind Unterschiede, ja. Lensplayer 2 geht da etwas, ähm, ja, etwas bewusster vor, würde ich fast schon sagen. Ein bisschen smarter. Das ist nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so mit dem Hammer drauf, ja. Und, ja, obwohl wir hier den Regler für die Stärke höher eingestellt haben, der steht hier auf 55%. Und bei dem, bei dem natürlichen Schärfen, was hier wesentlich stärker um die Ecke kommt, steht er bei, was haben wir da, 20. Ja, ja, die Memo Details oder die Neues noch eingestellt. Aber dieses natürliche Schärfen ist hier etwas, äh, etwas krasser unterwegs. Ja, ihr seht das. Das ist, äh, ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet, überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, von der Bezeichnung her ist das naturelle Modell, ähm, einfach, ja, wie der Name schon vermuten lässt, einfach ein bisschen natureller, ein bisschen, ähm, natürlicher, was das Ergebnis angeht. Aber das Modell ist tatsächlich, ähm, ein bisschen krasser, was die Schärfung angeht. Interessant. Ich meine, man, man kann das ja, man sieht's ja, ne? Jetzt ist wieder Lensblur Version 2 aktiviert und Lensblur 2 ist mit höheren Werten, interessanterweise, eigentlich verhält sich das Lensblur, Lensblur Modell 2 so, wie sich das Nature-Modell oder Natur-Modell oder wie auch immer man es jetzt genau ausspricht, das naturelle Modell, ähm, das ist genau umgedacht. Genau umgedreht, jetzt hab ich's, meine Güte. Eigentlich hatte ich nämlich gedacht, dass das Lensblur Modell sehr, sehr stark um die Ecke kommt und das Nature-Modell, äh, so um die Ecke kommt, wie das Blur Modell, aber es ist halt umgedreht, ne? Es, es ist halt komplett umgedreht. So kann man sich täuschen. Schauen wir uns das letzte Schärfungsmodell nochmal an, das WeFocus Modell. Das WeFocus Modell haben wir hier unten, können wir auch mal kurz aktivieren. Und, äh, ja, wenn man sich das mal anschaut, vorher, nachher. Das WeFocus Modell, das im Prinzip nur sagt, hey, hol mir den Fokus wieder zurück, ähm, ist nochmal etwas ruhiger. Nicht ganz so krass, was die anderen zwei neuen Modelle angeht. Interessant. Schauen wir doch mal uns den Schnabel an. Mal gucken doch mal, was da los ist, vorher. Denn das ist hier ja so ziemlich aus dem Fokus raus. Das ist ja nicht mehr scharf. Ja. Ja, okay, okay, ja. Okay, das ist ganz nett. Das ist ganz okay. Okay, das Ergebnis ist jetzt ganz okay. Das ist in Ordnung. Kann man damit arbeiten. Ja, hier unten kann es ein bisschen besser überzeugen in dem Bereich. Ja. Es kommt sehr schwach daher. Ja, aber das Modell scheint auch seine Berechtigung zu haben. Im Normalfall würde niemand so weit reinzoomen, um sich ein Bild anzugucken. Okay, hier muss ich sagen, ist das Ergebnis ganz gut geworden. Also, vorher, nachher. Schauen wir uns das Ganze doch mal mit anderen Bildern an. Und gucken doch mal, wie sich das Ganze verhält bei zwei weiteren RAW-Bildern. Und ob diese Modelle alles retten oder eben nicht. Ja. Wir können ja kurz nochmal gucken. Ja, okay. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns in dieser Folge einfach mal mit diesen drei Schärfungstools, mit den drei Schärfungsmodellen. Das, denke ich, ist für diese Episode der richtige Weg. Ja, dann kann man da einfach noch ein bisschen mehr Fokus drauf lenken. Und wir bleiben mal beim WeFocus-Modell vom Schärfen. Das ist hier auf 100% eingestellt. Also, eigentlich müsste es übel arbeiten. Aber, wenn ich hier mal reinzoome in das Bild und wir uns das mal angucken, ja. Dann sieht man hier, dass die Augen, die hier nicht mehr im Fokus lagen und ja eigentlich von diesem Modell optimiert oder verbessert werden sollten, das Ganze hier nicht funktioniert. Ja, das funktioniert ein bisschen. Man sieht hier schon einen kleinen Unterschied. Ja, gerade was hier diese Büschel angeht, das funktioniert halt übelst. Also, richtig gut. Aber die Augen hier, die sind zu stark aus dem Fokus raus, ja. Das ist einfach, das kriegt die Software einfach nicht hin. Wenn ich jetzt hier den zweiten Punkt auch nach oben drehe und ihn mal kurz arbeiten lasse, dann, ja. Ist es auch nicht wirklich besser. Schauen wir mal, wie es mit Glänzblur 2 funktioniert. Okay. Ja. Okay. Schauen wir uns das mal, äh, das weiter raus an. Oder gucken wir mal, versuchen wir uns mal auf andere Bereiche zu konzentrieren. Gehen wir mal von den Augen ein bisschen weiter weg. Ja. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus, wenn man sich hier das Fell und die Ohren anschaut. Ich gehe mal auf das linke Ohr. Ja. Wir gehen mal auf das linke Ohr. Vorher. Nachher. Wie arbeitet Alan mit dem Fokus-Modell? Ah, okay. Okay, alles klar. Vorher. Man sieht die deutliche Unschärfe auf jeden Fall. Okay. Ja, das Fokus-Modell verbessert es ein wenig, obwohl wir es komplett auf Anschlag gedreht haben. Um euch mal zu zeigen, ja, wie, wie dieses Modell arbeitet. Ich kann es auch mal auf die Hälfte 50% runterdrehen. Ja, dann sieht man, dass da nicht viel passiert. Also das Modell. Da passiert nicht allzu viel. Auch hier bei den Blättern. Gucken wir mal kurz bei den Blättern, ob da irgendwas passiert. Vorher. Ja, okay. Ja, da passiert ein kleines bisschen. Ein klein wenig was. Nehmen wir mal das naturelle Modell und schauen mal bei dem naturellen Modell. Ja, ich sehe schon hier an den Ohren, da hat er auch schon wieder das ordentlich rausgearbeitet. Ja. Und hier an den Blättern sieht man, dass er da echt übel gearbeitet hat. Also das ist das ist echt schon sehr stark rausgearbeitet. Vorher. Nachher. Also das ist schon teilweise echt verrückt, was da geht. Also was ich mit dem Bild einfach nur zeigen wollte, ist, nicht jedes Bild kann extrem gut gerettet werden. Das ist, es gibt auch Bilder, die funktionieren einfach nicht. Schauen wir uns mal noch ein RAW-Bild an. Und zwar dieses hier. Auch das ist wieder ein RAW-Bild, wie man hier oben sehen kann. Also noch kein AI-Bild. Und auch hier sagen wir wieder, wir gehen in die Rausch-Modelle. ja, ich zoome hier mal rein. Ich bleibe mal hier so auf der Größe. Ja, vorher. Hoppala, Entschuldigung. Man muss auch treffen, vorher, nachher. Man sieht das, er arbeitet hier das Fell wirklich schön raus. Die einzelnen Härchen holt er wirklich schön nach außen vor. Auch wenn man sich hier den Schweif mal anschaut, den arbeitet er hier ganz gut nach außen hervor. Er hält hier die schwarzen einzelnen Härchen sogar ein bisschen auf, dass sie weiß werden. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich gehe hier mal näher ran, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Und ja, ich sehe, das Video wird länger. Aber gut, das ist halt so. Ich lade das so auch hoch. Das ist vorher. Vorher, nachher. Das ist jetzt mit dem ja, naturellen Modell. Also das naturelle Modell ist ja, echt heftig. Gehen wir mal zum Lens Plur 2 Modell. Okay, da habe ich jetzt fast keinen Unterschied gemerkt. Interessant, interessant. Da habe ich jetzt keinen Übergang gemerkt. Ja, okay, doch. Ah, okay, ja gut, in den Details, in den Details, ja, er nimmt das bisschen weiß, nimmt der aus den Sachen raus. Hier sind auch kleine Artefakte mit drin. Okay, ja, hier sind überall so ganz kleine Farbartefakte mit drin. Ja, okay, okay. Wie macht er denn den Baum? Wie macht er den denn? Okay, er entrauscht natürlich, ist klar. Das ist hier auch standardmäßig schon aktiviert, wenn die Software merkt, hey, der Nutzer hat hier ein Rohrbild, dann wird automatisch auch entrauscht. das wird einfach mitgemacht. Kann man auch rausschmeißen, wenn man es nicht möchte, also vorher, nachher. Ja, das sieht hier nicht ganz so ordentlich aus. Mhm. Versuchen wir mal das Wii Focus Modell. Okay, das Wii Focus Modell ist ja, hm, also das Wii Focus Modell finde ich aktuell nicht so gut. Meine Meinung dazu. Bin ich jetzt nicht überzeugt von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist nicht ganz so toll, ich stelle hier mal ein bisschen was ein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, das muss deutlich nach unten geschraubt werden. Okay, da muss man sich langsam vortasten. Wir haben gerade gesehen, wenn wir das zu hoch einstellen, dann ist einiges los. Seht ihr das hier? Wenn man das hier auf 50 einstellt oder über 50, dann überschärft er hier extrem. Dann stehen hier solche, ich würde schon sagen, Artefakte oder solche unschönen Farbübergänge. Ja, ihr seht das. Ja, das ist ja, gut, ist eine Einstellungssache. Wenn wir es hier wieder nach unten drehen, unter 50, ja, ihr seht das, wenn wir unter den 50 bleiben, also die 50 ist jetzt hier so die magische Grenze, ihr seht das, 49, dann fängt er hier schon an, diese komischen Farbabsäume oder Farbartefakte mit einzubeziehen bei dem WeFocus Modell, ja, nur bei dem WeFocus Modell. Okay, also bei dem Modell muss man vorsichtig sein. Schauen wir uns mal Lensplayer 2 nochmal kurz an. Okay, Lensplayer 2, ähm, Heiliger Maria Gott, meine Güte, meine Güte, ach du Heiliger Bim Bam, das ist übel überschärft. Ich dreh's mal runter, mal gucken, wie sich's dann verhält. Okay, okay. Ist hier auch wieder bei 50 die Grenze, die magische Grenze? 60? Ja, okay, 60. Also beim Lensplayer 2 könnte er bis zu 60 gehen und dann wird's schwierig. Ich geh mal noch weiter runter, 23. Ja, also 23 ist in Ordnung. Das geht. Ja, das, das ist in Ordnung. Schauen wir uns hier den Rest nochmal kurz an. Ja, also Lensplayer geht hier wesentlich ja, Lensplayer geht hier wesentlich besser mit dem Schweif um tatsächlich. Das ist ja, das ist ein bisschen besser. Nicht ganz so abgefahren wie die anderen zwei, wenn wir nochmal schauen, wenn wir WeFocus nochmal anwenden. Okay, WeFocus ist jetzt auch ein bisschen ist auch nicht so. Okay, das Natur oder Nature Modell von den schärfen Modellen ist hier extrem, was den Schweif angeht. WeFocus ist jetzt vergleichbar mit Lensplayer 2. Aber wahrscheinlich auch nur, weil wir hier ein bisschen rumgespielt haben mit den Einstellungen, wenn wir WeFocus wieder etwas nach oben setzen, Richtung 60, also Richtung 50 bis 60, dann es ist hier noch ganz in Ordnung, aber wenn man dann weiter nach unten geht, dann ist hier schon wieder alles hoffnungslos überschärft. Also das ist ja, man sieht das, ich denke, man sieht das, oder? Ja, das müsste man sehen. Das ist extrem überschärft, ja. Gehen wir hier mal runter. Ja, okay, also ab dem 40er-Wert wird das schwierig. Also hier würde ich dann auf, ja, mindest, Minimum 10 bis 25 gehen, höher nicht, alles was über diese 30er-Marke geht, ja, wird schwierig, also ab ja gut, 35 geht auch noch, aber 40, bei 40 fängt es halt wirklich an, schwierig zu werden. aber probiert es selber aus, meine Empfehlung sage ich ja mittlerweile schon immer, oder mittlerweile öfter, probiert es selber aus, es gibt kostenlose Testversionen der Software, wo ihr auch selber gucken könnt, wie das Ganze bei euren Bildern funktioniert, und ja, jetzt würde ich nochmal kurz gucken, wie schlägt sich denn das neue Schärfemodell oder die drei Modelle bei AI generierten Bildern. Schauen wir doch da mal rein, wir haben hier ein erstes generiertes Bild, das einzige, was ich hier gemacht habe, ist, dass ich entrauscht habe, ich kann ja mal zeigen, wie es vorher aussah, also das ist links, ist vorher, rechts ist die optimierte Version, könnte man sagen, man sieht hier, wenn man hier rein zoomt, man muss wirklich krass rein zoomt, aber man sieht es hier in dieser leeren Ecke, da ist Rauschen drin, klar ist da Rauschen drin, man sieht es auch hier im Gesicht, gerade auch immer in den Augen, sieht man das besonders gut, dieses Rauschen, das ist hier halt weg, jetzt muss man natürlich auch beachten, es handelt sich hier um JPEG-Bilder, und keinesfalls um Raw-Bilder, das heißt, er kann sich hier auch deutlich weniger Infos aus den Bildern ziehen, und eine Raw-Entschärfung ist hier beispielsweise überhaupt nicht drin, weil es sich hier eben nicht um ein Raw-Bild handelt, sondern eben um ein JPEG, jetzt mal weg davon, dass es ein AI-Bild ist, am Ende zählt für die Software nur, habe ich hier ein Raw-Bild, was ich bearbeiten oder optimieren kann, oder habe ich ein JPEG, die Software, der Software ist vollkommen egal, ob das ein echtes Boto ist, oder ob das ein AI-genertes Kunstbild ist, die Software weiß nur, es ist ein Raw-Bild oder es ist ein JPEG-Bild, ja, Raw habe ich wesentlich mehr Infos, mit denen man arbeiten kann, JPEG habe ich auch Informationen, die sind aber deutlich weniger, die man nutzen kann, um das Bild zu optimieren, trotzdem kriegt man es hin, das entsprechend ein wenig zu optimieren, ja, wie gesagt, ich zoome hier extra mal ganz ganz stark rein und zeige euch mal, wie es vorher aussah, so sieht es vorher aus und so danach, ja, ihr seht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, ich zoome noch mal etwas raus, ja, so denke ich ist es in Ordnung, ja, ihr seht, es geht jetzt nur um die Entrauschung, ja, ja, ihr seht, das wird ein bisschen klarer, ein bisschen strukturierter, jetzt nehmen wir das Schärfemodell und das Schärfemodul noch mit dazu, hättest ihr nur das Objekt markiert, das ist richtig soweit und gucken wir jetzt mal, schauen wir mal die drei Modelle durch, die drei Schärfungsmodelle, einmal durch, also wir fangen wieder an mit dem Glanzblatt 2 Modell und, ja, gucken wir mal, was er hier macht, also vorher, nachher, also hier würde ich sagen, verschlimm bessert er das sogar, also hier wird es ein schlechtes Ergebnis, ja, das wird eher unscharf, unverwaschen, als dass es schärfer wird, wenn man hier mal in die Kugel guckt, dann hat man das gleiche, man hat es ja gerade schon gesehen, vorher, nachher, ja, das wird hier alles sehr verwaschen, ja, das ist also, naja, okay, gehen wir mal zum, äh, Naturmodell, ich, ich lenne es einfach mal Naturmodell, das Naturmodell ist wieder sehr krass unterwegs, was die, äh, was die Schärfung angeht, man sieht das, ja, also das sieht man links, ne, original, rechts, optimiert, sagt man ja immer, man sieht das, also, er ist wirklich, er ist wirklich krass, mit dem Schärfen bei diesem Modell, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gewollt ist, aber die Entwickler arbeiten ja daran, ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, ist doch scheißegal, ist doch vollkommen egal bei einem RAW-Bild, oder bei einem, nicht bei einem RAW-Bild, bei einem AI-Bild, dass du das nochmal nachschärfst, oder Rauschen rausnimmst, ne, finde ich nicht, bei bestimmten Bildern, das hängt natürlich immer von Bild zu Bild ab, muss immer im Einzelfall entschieden werden, bei manchen Bildern kann eine Nachoptimierung, eine kleine Nachbearbeitung, nochmal das Bild wirklich nochmal optimieren, ja, das habe ich schon festgestellt, gehen wir mal zum RAW-Focus-Modell, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen schwierig, weil die AI natürlich immer schaut, dass der Fokus perfekt sitzt, oder einigermaßen perfekt sitzt, ja, das ist ja nicht so wie bei einem Menschen, dass man vielleicht die Kamera falsch einstellt, und der Fokus vielleicht etwas falsch sitzt, das ist bei einer AI natürlich anders, die hat natürlich dieses Problem nicht, das sind natürlich, ist natürlich der Fokus immer optimal eingestellt, weil man es im Idealfall selber definieren kann, oder die AI definiert es halt komplett alleine, ich zoome mal ein bisschen raus, wenn man rauszoomt, würde ich sagen, ist das in Ordnung, sobald man reinzoomt, sieht man allerdings, ja, dass das hier nicht ganz so doll ist, ja, vielleicht muss man das auch nochmal mit Gigapixel von Topaz probieren, das hat etwas andere Modelle, was das Schärfen angeht, aber so an sich, ja, wenn man hier sich das so, also, wenn man sich das so in der Vollansicht anguckt, so wie man es auch wirklich gucken, sich angucken würde, dann, ja, gibt es Leute, denen fällt der Unterschied vielleicht überhaupt nicht auf. Wenn man jetzt, wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut, dann würde ich persönlich sagen, dass das in Ordnung geht, was das Refocus-Modell und das Schärfen angeht, wobei wir witzigerweise hier die ganze Zeit mit diesem Mirror, die Neues am Arbeiten sind, ich stelle den mal runter und stelle das eigentliche Schärfen-Modell mal hoch. Wir gucken nochmal. Ja, ja, okay. Ja, okay, hier sind leichte de facto oder Artefakte, leichte Farb-Artefakte, deutliche Überschärfung mit drin. Ich drehe das mal noch ein bisschen runter. Ja, das geht. Das geht einigermaßen in Ordnung, wobei hier man auch Artefakte sieht, natürlich, ist ganz klar. Ja, das sieht man, da entstehen kleine Artefakte, hier oben, hier und hier auch. Ja, wie sieht's in der Kugel aus? Ja, hier in den Klamotten auch ganz deutlich zu erkennen. Na gut, die Kugel, die sie in der Hand hält, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Das ist ganz okay. Ja. also wie gesagt, mein Fazit ist, dass das gut funktioniert. Schön, dass man neue Modelle einbindet, was Topaz angeht. Das ist eine schöne Sache. Schauen wir uns das letzte Bild an. Ich würde mal dieses hier nehmen. Ja, das ist auch so ein Bild. Das ist kein echtes Bild. Auch das ist generiert, genau wie das Bild mit der Glaskugel, die wir gerade gesehen haben. Die Bilder mit den Tieren, das sind echte Bilder, nur noch mal als Hinweis. Okay, schauen wir hier mal Sharp und sagen hier mal Nature. Ja, ich sehe schon, was da los ist. Mhm, 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 ja, okay. Ja, auch hier, man sieht's, ja, da wird ordentlich gearbeitet. Ja, wie gesagt, ob man dann die AI-Bilder so bearbeitet, das muss halt jeder selber wissen. Aber das ist halt bei jedem Bild auch anders, also du kannst jetzt nicht einfach, ähm, bei irgendwelchen Bildern, ähm, die, die exakt gleichen Effekte oder Optimierungen einfach auf die Bilder draufknallen, wenn du jetzt eine Bildserie hast, ähm, weil du auf einer Hochzeit warst oder so, wo ähnliche Lichtverhältnisse und sonstige Variablen alle sehr ähnlich sind, dann kann man das vielleicht machen, ja, aber wenn man Bilder hat, wo immer wieder andere Situationen gegeben sind, da muss man halt von Fall zu Fall entscheiden, ähm, wie man das optimiert, ja. Also bei dem Bild beispielsweise, ja, ist das, finde ich, macht, machen, die zwei Modelle, ähm, Lensbläu einen guten Job, das Nature macht einen guten Job und WeFocus, schauen wir mal, ja, und wenn ihr jetzt meint, ihr müsst meckern, weil ihr Fotograf seid und ihr der Meinung seid, man bearbeitet doch keine AI-Bilder, dann, äh, ja, ist euch auch nicht mehr zu helfen, entweder ihr geht mit der Zeit oder ihr geht halt mit der Zeit, ich denke, den Spruch kennt jeder, so, ja, hier ist eine ganz kleine Optimierung, die fällt wirklich nur auf, wenn man wirklich drauf achtet, das ist halt in dem Fall jetzt sehr, sehr dezent, was hier passiert, ja, das ist extrem dezent, was hier, was hier eingebaut wurde, also, grundsätzlich, würde ich sagen, ähm, das neue Update von Topaz im Bereich der drei neuen Schärfungsmodelle ist ein gutes Update, wenn es um RAW-Bilder geht, sowieso, wenn es um AI-generierte Bilder geht, geht das auch, dann kann man auch weiterhin sehr, sehr gut damit arbeiten, um jegliche Art von Bildern zu generieren, beziehungsweise nicht zu generieren, ich arbeite echt zu viel mit Generierungen mittlerweile, ähm, meinen natürlich Optimierungen, also, ob ihr Fotograf seid, mit RAW-Fotos, oder ob ihr Bilder generiert mit JPEG, oder ihr JPEGs fotografiert, und, ja, keine RAW-Bilder, sondern einfach JPEG nehmt, ist egal, ob ihr RAW- oder JPEG seid, oder nutzt, oder Fan von Beidem seid, nutzt die Software, die Software ist für beide Bildtypen sehr, sehr gut geeignet, ihr habt damit die Möglichkeit, eure Bilder schnell und einfach zu optimieren, und ich würde sagen, das war's, wir sehen uns im nächsten Video.